Hallo und Herzlich Willkommen beim Stream von... Ja Winter... Oh Scheiße... Jo... Ähm... Bittet um den Segen eurer Götter. Muss wir hauen. Hm... 800. Nichts wenige P. Hm... 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 Wir kommen beim Stream. So... 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 Schön... Ah, das ist ja Das muss ich alle sagen Ich brauche nur 8 und kriege dafür Dann brauchen wir auch 5 Hier braucht man nur 4 Machen wir das Machen wir hier Hier ist Kunstwerk Kunstwerk, Kunstwerk, Kunstwerk 10 Minuten Bittet um den Segen eurer Götter Ja, stimmt jetzt Weiß ich wieder Schneider, Schneider, Schneider Wie viele Schneider habe ich heute? 3 Machen wir das Ja, das kann ich nicht Schauen wir das Scheiße, ich kann das Der macht, der macht, der macht Der macht Schneider Oh man Oh man Ich glaube gleich muss ich mir übergeben. Scheiße. Hier los. Oh kacke, ich brauche mit der Augen anstrengend. Weil du Hilfe 102 kriegst. Wartelisten angepissten. Amalut, du bist der einzige, der da spielt. Sonst macht sie gleich mal hinterher. Und Lutz, wie lange denkst du, brauchst du noch? Oh man, wir werden verlieren. Na dann springt jemand her, Lutz. Nein, nicht alle zu... Ich dachte schon, wir sind Idioten. Das ist nicht mehr zu tun. Iche ja nicht, du hast keine Ashley mit wishmone. Ich hab mir nicht mehr zu tun. Wir werden nachdenken. Ich kann dich verwirrt. Ich kann mir nicht mehr nachdenken. Ich kann mich nicht mehr hier verhindern. Ich kann mich nicht mehr im Vergleich zu dem Auslandssprung kommen. Ich muss weiterfüllen. Der Gegner dominiert. 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 Der Gegner beyond. Der Gigner dominiert. Der Gegner 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 dominiert. Das war's für heute. 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 Der Gegner. Das war's für heute. 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 Er bleibt. Er muss. Das war's für heute. 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 party kannst du drüber kommen wenn du willst nutzt bis dann hier reden wir darin viel zu viel der Luzi der Luzi der Luzi ach manu wie sie bis jetzt nicht zu mir rübergekommen hallo warum bist du nicht zu mir zu die labern zu viel Müll beachte sie nicht ne aber manchmal reden die einfach zu viel wie jetzt ah ok und gutes Loot gekriegt oder totaler Müll hast du ne Rüstung gekriegt also ne Brustrüstung ach da gibt es alles ok hört sehr gut an eben da uns wir drache legen ach du alter was für ne Verzögerung naja ich bin grad in eben dauernd zu grad den Drachen hier kleben oder erlegen oder keine Ahnung wie ich es nennen soll da ist es egal ok ja bei mir fehlt also ich mach grad unterstütze ich mag grünen Klave mache ich grad hier in der Türen hier auf Dragons und danach wurde die Drachen Hort Verzauberung machen und danach Abenteuer Ausrüstung doch geht unterstützt dieses Centaurium war würde ich dann weitermachen ja stimmt so wo kommt hier nächste drache willkommen beim stream der bekommt der nächste drache gerade wird wo wir wird hier lingo x total bin ich gekillt glaube ich und was haben wir gesagt cool ja scheiße ausgeregt jetzt kann ich wechseln nein das ist jetzt kaputt ich wollte ihn grad auf jetzt als 50 wechseln wird direkt verbindlich zu server getrennt statt direkter ja ich wollte auf 50 gehen oh mein Gott wie ewig das bei dir dauert bist du da nicht meine scheiße kriegst ja ich hab heute nicht wohnung erstmal geputzt deswegen bin ich ein bisschen serie geschaut ich hatte irgendwie keinen bock zu spielen erstmal hab ich gedacht okay halt wenigstens 12 war leck mit am arsch guck mal ob du zu instanz 50 wechseln kannst da ist in fünf minuten eine drache dann kann ich dann kann ich das ja das ja das ja Wie habt ihr gebraucht, um das zu machen? Oh Mann. Scheiße. Hängt gerade kam ich noch drauf. Ja, ich bin noch zwölf. Ich wurde direkt aus dem Server geschmissen, als ich gedrückt habe hier im Wechsel. Also Kriegs-Avatar-Schuppe meinst du, ne? Also, Kraft und Crit ist echt nicht schlechte Eltern. Ganz ehrlich. Was, du brauchst noch ein Ding, dann kriegst du nochmal 400 Crit dazu? Ja, 450 Crit sogar dazu. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, dann wird meine Rüstung wahrscheinlich so ähnlich sein. Oh, kann man jetzt nicht zu 16 oder was? Gott verdammt. Ah, 16. Da ist es. Bitte schmeiß mich nicht vom Server. Bitte schmeiß mich nicht vom Server. Ah, perfekt. Ja, dann sieht so aus, dass ich jetzt endlich mal den Drachen machen kann. Ich habe Ingra PvP gemacht. Mein drittes PvP haben wir gewonnen. Es waren zwei Kleriker in der Gruppe. Das ging ab. Oh, scheiße, du willst mich verarschen. Das finde ich nicht lustig. Eigentlich müsste es... Ich finde es lustig. Na toll. Ah, ja, die killen den. Perfekt. Dann renne ich mal schnell hin. Epische Unterhose. Du meinst eine epische Hose. Wo ist denn der Drache? Ach, da ist er. Ich habe schon gedacht, wo ist er? Oh, der ist noch 12 Minuten da. Na super. Da müssen schon genügend Leute erscheinen, die wir das schaffen. Okay. Ja, ich würde eigentlich gerne den Bock mir aber auch schon machen, aber... Naja. Das Problem ist... ...die Leute da gut zu haben. Ich wollte eigentlich gestern schon... Ich habe gestern Reiden zur Party sogar schon eingeladen, weil er ja gesagt hat... Ich habe schon mit der anderen gewählt, die anderen nicht alles am Bein zu treffen. Vollkommen. Aber ich meiner Meinung nach muss schon die anderen Lieder auch damit einverstanden sein. Man kann nicht einfach so sagen, Ja, wir laden den ein. Also wenn wir den Drachen kennen willst, kommt schnell rüber. Der Drache ist sehr tot. Ich habe schon über 50 Drachen gekillt. Habe ich nicht, ich habe es nachgesehen. Einer hat ihn erst mal am 51 Drachen sicherheit gehört. Ja, ich habe jetzt vermisstens... Ich habe 52 Drachen zu Drachen, gell. Ich weiß nicht mehr, woher ich Verwüster habe. Ich habe irgendwoher Verwüster gehabt. Keine Ahnung, woher ich... Ich habe es vergessen. Ja, ich muss jetzt alle drei Drachen killen. Ich muss jetzt so gesehen alle täglichen machen. Oh, hier auch keine Lust haben. Ich habe es schon irgendwie angefangen. Würde ich gerne machen. Ganz ehrlich, ich weiß wieso. Rachen Sieg nicht. Wie viele Kampagnen-Quest hat sie von Tyranny of Dragons schon gemacht? Vollständig. Ich habe drei vollständig fertig. Und ich denke mal, du hast vier. Du hast vier, ne? Noch mehr. Dann machst du vier. Du bist fertig. Ja. Hab ich auch. Halt mal. Warte, 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 warte. Äh, warte. Warte, warte. Äh. Bomm das Drachenheim, fällig. Macht das Drachenheim, fällig. das habe ich empfiehlt mich noch das drachenort verzauberung nicht gemacht und abenteuer auslöst auch nicht ja okay aber bloß schwäche drachenort verzauberung will ich unbedingt haben kriegst du gratis drachenort verzauberung einhorn ausrüstung okay gut dass das braucht man echt nicht das braucht man echt nicht ja okay gut dann wird sie dafür schon 15.000 gewollt da würde ich auch also dann spreche ich mir aus drei diamanten und holt mir er daraus also entschuldigung dann also da werde ich mir gleich mal nachgucken also dann werde ich mal schauen dass ich vielleicht meine müssen wir das holen ja 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 man brauchte richtig viel scheiße das heißt gestartet von türenbrust erstmal ja ich muss kein problem Prüfung von Ogma Oh man, das wird lustig Oh man, das wird lustig Oh man, das ist echt nicht wenig Wieso das denn? Okay Weiß nicht, weiß nicht, das habe ich mir nicht schon gedacht Das war mir irgendwie schon sowas von klar 40 mächtige Schrift von der Identifikation Ah, ich war mir die ganze Zeit die Scheiße Die ganze Zeit war ich mir Für mich unbedingt benutzen Das ist ja, ich nehme sie nicht Ich nehme die Ich habe die ganze Zeit Da können sie gehen Prüfung von Ogma ja das ist ärgerlich wieso ist mein kamera mein gefährter ist nicht da der mich eigentlich immer halt blöde misskröte ich wundere mich warum ich die ganze zeit so wenig energie habe ja ich würde gerne noch mal die burg machen wie gesagt brauchen die leute die meisten die mussten telefonen wiederhören kann alles gleich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Andere können eure Hände... Ich habe noch nie... Ich hoffe, das war das... Ich habe noch nie... 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 Das war's für heute. Blüffung von Kalimphar. Geh! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Prüfung von Taimora. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.